Hallo, das ist eine gute Deutschlandflagge. Ja, sieht irgendwie jetzt ein bisschen cool aus, die berühmte Deutschlandflagge. Ja, jetzt, aber die wird noch wirklich richtig gut. Dann wird es eine richtige Deutschlandflagge. So, da habe ich ein bisschen langsamer gemalt, weil das schnell... Haltet mich von mir. Ja, ich sage erstmal auf Deutsch, auf die Gammellook, so wie du sie jetzt an hast, dann ist das besser. Wenn jetzt ein bisschen keiner auf... Ich habe ein 100 Flagge, welche Flüge wir gebaut haben, und ich habe ein 100 gutes Luft. Das ist die Deutschlandflagge von mir. Was kosten die? Tschüss!